Mh, 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 mh. So. Nein! Verdammt. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Verzeih mir bitte. Werte Dahlia. Hab ich dein Ei einfach auf den Boden geklatscht. Tut mir leid. So. Und dann den Firsich mitnehmen und... Irgendwie immer bei Firsich muss ich, seit ich mal Pokémon Rubin gespielt habe, an Piercif denken. Die ganze Zeit. Ununterbrochen. Die ganze Zeit an Piercif denken. Und ich kann es einfach nicht vergessen. Es hängt in meinem Kopf fest wie eine Zecke im... Okay, das ist so eklig. Tut mir leid. Das hab ich nie gesagt, natürlich. Also, es hängt in meinem Kopf fest wie... Ähm... Kohlenstoff im Diamanten. Ne. Klang jetzt auch irgendwie doof. Es hängt in meinem Kopf fest wie... 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 Ach, keine Ahnung. Mir fällt nichts Tolles ein. 9.280 ist annehmbar. Ach, ich hab schon wieder zu früh weggeklickt. 10.970. Okay, und jetzt die Melkmaschine rausholen. Ach, Joko hat wieder gute Laune. Das ist ja hervorragend. Das freut mich. Wenn's meinen Tieren wieder gut geht. Das ist schön. So. 17.500 wieder. Aber das ist ja kein neuer Rekord, wie wir wissen. Hat die gar kein Herz bekommen gerade? Wenn man einfach zu schnell wegklickt, bekommen die kein Herz, oder? Ich hab so das Gefühl, dass das so sein könnte. Okay. Sie hat ein Herz bekommen. Hm. Mysterien über Mysterien. Ich, äh, porte mich auf jeden Fall jetzt zu Celia. Damit ich... da sein kann. Und... Hallo, Celia. Wär schön, wenn sie bei der Verlobung ein bisschen was anderes... Sagt sie. Wir heiraten bald, nicht wahr? Die Gedanken an die Ehe hat mir schon immer gefallen. Ich kann die Hochzeit kaum erwarten. Ach ja. Du bist toll. Du bist toll. Ach, ich freu mich auch schon. Das wird toll. Kann ich euch das zeigen? Oder mach ich die Folge wahrscheinlich ein bisschen kürzer? Ich weiß nicht, wann hab ich... Wann hab ich hier den Antrag gemacht? Am... 7. Ja, am 7. glaub ich. Das heißt, am 14. werden wir wahrscheinlich heiraten. Kann's am 7. gewesen sein? Ich... Boah, ich hab keine Ahnung. Tut mir leid. Tut mir leid, aber ich weiß es nicht. So, bereit ins Bett zu gehen? Gern. Einen Moment mal ganz kurz. So, erstmal wieder mein Mikro richtig eingestellt hier. Damit es nicht ganz so weit von mir absitzt, beziehungsweise so komisch auf mich gerichtet, sondern eher so wie ein Mikro gerichtet ist in der Regel. Drehsisch nur noch, dem müssen ich auffüllen. Hi Götz. Na, wie geht's? Ich hoffe doch gut. Mir geht's bald auch gut, wenn ich noch mehr Ananas anbauen kann. Das freut mich dann. Ja, ja, das wird mich freuen. Und dann gehe ich da auf jeden Fall auf Nummer sicher, indem ich... Ich hab ja... Wie viel Level 5 Ananas? Ähm... 20. Dann sähe ich halt auf jedes, äh... Ding 3 Stück. Das heißt, ich brauch 12 Saat-Dinger. Und dann... Nein, Quatsch. Ich brauch 18. Quori. Wo sind deine Mathe-Kenntnisse? Das war ja jetzt ein mega, 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 mega Rechen-Fopas, was mir da unterlaufen ist. Das war nicht so schön, aber... Musste sein. Es diente zum Wohl des Volkes. Immer alles damit begründen, falls man irgendwann mal was erklären muss. Es diente zum Wohl des Volkes. Das ist einfach standardtypisch. Immer so. Es diente einfach zum Wohl. Ja, so ist das. Warum hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Es diente zum Wohl des Volkes. Ich glaub, dann bekommt man zwar eher einen schrägen Blick, als irgendwie Respekt, aber... Naja. Ein Versuch ist es wert. Vielleicht probier ich's morgen mal aus. Äh, ich weiß nicht. Hab ich meine Hausaufgaben gemacht? Äh... Muss ich mal schauen. Zur Not mach ich's halt kurz in der 5-Minuten-Pause. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ähm... So. Alle hochheben. Und dann, äh... Hallo, ihr Schafe und ihr Kühe. Und mein Finger tut weh, weil ich da heute ein bisschen drum rumgepult hab. Ja, da hab ich dann ein bisschen... Autsch. Das tut weh. Ähm... Da. Und dann noch der Strubbelhandschuh. Der ist hier. Und ich muss bald mal die Sachen verkaufen. Ach. Unser Schaf steht da sogar noch. So. 7.430. Ich weiß gar nicht, warum ich immer noch die Zahlen ständig vorlese. Ist ja eigentlich ein bisschen unnötig. Ihr könnt sie ja selber sehen, aber der Bildschirm ist ja auch ein bisschen kleiner. Vielleicht seht ihr es da nicht ganz so gut, falls euer Internet keine hohe Auflösung zulässt. Das kann ja alles durchaus. 6.090. Das war ja für ein Schaf gar nicht mal so schlecht. Aber hatte ich mich letztens bei einem Schaf 7.000 irgendwas? 980.60. Okay. Tietz freut sich und... Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber das mache ich jetzt trotzdem. Nur ein grünes Herz. Das gibt es ja nicht. Ich bin schlecht. Es ist unglaublich. Ich fasse es nicht. Ich fasse es wirklich nicht. So. So. Okay. Sehr gut. Und dann noch die Melkmaschine. So. Ich glaube, ich mache diese Folge doch nur 15 Minuten, weil ich bin ein wenig müde und würde ganz gerne schlafen gehen. Dann habe ich auf jeden Fall für die nächsten Tage wieder Harvest Mut folgen. Das freut mich. Da habt ihr vielleicht wieder was zu gucken, falls ihr zuschaut. Falls ihr gerne zuschaut. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir... Also ich weiß nicht, ob es einfach nur an meinen psychischen Erkrankungen liegt, aber ich kann mir immer nicht vorstellen, dass man mir irgendwie bei irgendwas gerne zuschaut. Das kann ich mir halt einfach nicht so recht vorstellen. Umso mehr freut es mich immer, wenn ich dann Lob für eine Folge bekomme. Das finde ich dann immer toll. Das freut mich dann immer sehr. Okay. Dann rüber zu Silvia. Die Gräser könnte ich eigentlich einsammeln, aber muss ich jetzt auch nicht machen. Das ist nicht weiter wichtig. So, 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 so. Silvia ist gerade hier am runtergehen. Da kann ich dann ja mal heiß, Silvia. Schade, dass sie hier immer noch nichts anderes sagt. Aber, naja. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen auf unsere Hochzeit. Schade, dass sie noch nicht bei uns eingezogen ist, aber das macht sie ja alsbald. Das macht sie ja alsbald. Ach ja, ich hätte gerade irgendwie voll den Nostalgie-Flash. Sorry. Tut mir leid, da war ich gerade ein wenig weggetreten. Okay. 9.40 Uhr am Morgen, da kann ich mir ja strafen legen. Das ist, das ist ein verantwortungsvoller Familienvater. Äh. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Timmy. Guten Morgen, Ciel. Ananas sind reif. Halleluja. Singing. Halleluja. Wie viel Geld haben wir? Haben wir nicht letztens was verkauft? Ach, wir hatten nur 500.000. Nur 500.000 für unsere Ananas. Also, nur 500.000, aber nur 500.000 für unsere Ananas. Das kann ich ja kaum fassen. Das ist ja, das haut mich jetzt ein bisschen um. Also, ganz ehrlich, das ist schon, da muss ich, äh, muss ich aber nochmal über meine Bilanz nachdenken. Oder vielleicht hat da jemand auch noch ein bisschen was, äh, ein bisschen sich selbst was in die Tasche gesteckt. Vielleicht haben wir hier ein schwarzes Loch in unserer Brieftasche. Da muss ich aber nochmal genau auf Tuchfühlung gehen. Hm, das muss ich überprüfen. Bevor hinterher irgendjemand sich mit unserem Geld davon macht. Das fände ich nicht so schön. Das ist unser Geld. Haben wir uns hart erarbeitet? Wir gehen jeden Tag in unseren Keller und... Und, was machst du so hauptberuflich? Ach, ich gehe in den Keller und gieße meine Ananas. Wie viel hast du so als Monatseinkommen? Ach, so ein paar Millionen. Ach, schön. Stell dir mal ehrlich vor. Einfach nur in den Keller gehen und Ananas gießen und dann die mitnehmen. Und dann hat man jeden Monat ein paar Millionen. Also, jede Jahreszeit reicht ja auch. Jede Jahre... Jedes Jahr ein paar Millionen reicht auch. Locker. Ach. Das wäre ja was Cooles. Wenn es so einfach ginge. Ich meine, ich kann doch nicht viel davon reden, weil ich noch... Schüler bin und selber noch nicht arbeite, aber... Ich wollte es nur mal erwähnt haben. So, dann gehe ich mal... Nein! 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 Ja, das ist ja doof. Elfter. Ach, so ein Mist. Er fängt ja an dem Tag an. Das zählt auch als Tag, Kuri. Ach. Nein, das ist ja hervorragend. Jetzt habe ich ihn nicht gespeichert. Und schwupps hat er uns eine Frühlingssonne gegeben anstatt einer Sommersonne. Gut, dann müssen wir halt bald, als bald wieder in die Mine gehen. Da freuen sich vielleicht die ein oder anderen nicht drauf. Vielleicht... Oh ja, das wird nicht das Spannendste, muss ich zugeben. Weil die Mine ist für mich auch jetzt nicht gerade das Spannendste. Deswegen ist mein Commentary da wahrscheinlich auch noch schläfriger als sonst. Aber... Ja, 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 ja. So. Und dann hier noch alles. So. Komm her. Hervorragend. Und du auch. Und hervorragend. Und du auch. So. Und dann noch eben die Kühe und die Schafe streicheln und die Kühe melken. Ich habe mal gelesen, dass man... Oder gesehen in irgendeiner Doku, dass man Kühe melken muss, weil sonst der Euter zu groß wird. Meine ich jedenfalls mal gesehen oder gelesen zu haben. Bin mir da aber nicht sicher. Was denn jetzt los? Warum hat er denn nicht gezählt? Aber trotzdem noch 15,5. Finde ich annehmbar. 14. Naja, ist jetzt nicht so hervorragend. Okay. Schubdiwub. Schubdiwubdiwubdiwubdiwubdiwubdiwubdiwubdiwub. So. Ich habe schon wieder kein Herz bei der Kuh gesehen. Ich glaube, also entweder übersehe ich das wirklich immer. Also dass ich da so gar nicht drauf achte. Oder es ist wirklich so, dass sie da dann kein Herz hat. Und ich muss sagen, ich fasse meinen Maus selten so an, wie man sie eigentlich anfassen sollte. Sie hat an der Seite so einen Griff. Also so eine Ablage für den Ringfinger. Aber ich fasse sie selten so an. Ich habe sie eher in der Regel so mit angewinkelter Hand. Und selten wirklich so. Ist ein komisches Gefühl. Aber ganz interessant. Hallo, du Schaf. So. Schade. Voll eingeschäumt, aber nicht sonderlich viele Punkte. Das ist doof. Okay. Und dann du auch noch. So. 7300. Da war kein Herz. Oder war da ein Herz? Ach, ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Ich glaube, ich bin zu mieder. Jedenfalls bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß beim Zusehen. Wir haben jetzt endlich alles für unsere Hochzeit in die Wege geheiratet. Äh, geleiten. Gelitten. Ge... Also dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.